Ah ja. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir reagieren auf Paluten. Zusammen mit den kleinen Michael. Ah ja. Wir schauen jetzt Paluten sein Video an. Wie er rumfliegt. Was er sich kauft. Steht im Titel. Leider. Was er sich kauft. Ich hab noch nichts gesehen. Komplettes Video. Genauso bis 22 Sekunden oder 2 Sekunden. Aber wir fangen jetzt an. Bis dann. Und viel Spaß mit diesem Video. Miau. Leute. Herzlich willkommen zu der neuen Folge von GDR 5 Online. Wir starten den heutigen Tag mit einer kleinen Challenge. Dem absoluten Klassiker. Oh nein. Leicester ruft doch jetzt nicht an. Ich muss runter. 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 Ich brauch doch einen Chat. Oh, das war so dumm. Ja gut. Das war ja wirklich dumm von Leicester. Oder wie findest du er ist Michael? Na Lester hat schon Flit angerufen. Tja. Halt er nicht angehen müssen. Ja. Und auf meinen Kopfhörer bringen. Achso. Mein Lenkrad ist ja noch angestöpselt. Das stört mir auch alles. Ach, das hat man auch gehört. Oh, wir schalten das Video leise. Palletto, du musst runter. Lester, lass mich in Ruhe, Mann. Leute, es gibt Franklin. Alter, in dieses Spiel. Runter. Wir wollen rein. Wir brauchen das Chat. Schau einfach nicht Stirnmodus an, das ist ein blöken Telefon. Äh, so. Das ist auch recht. Oh, Leute, es gibt ein neues Auto und zwar einen, äh, Escalate. Und zwar, äh, Cadillac Escalate. Was? Ich habe in ewig kein GTA Online mehr gespielt. Hab keine Ahnung, was es zu faules gibt. Ja, wird, wird Zeit, dass es, dass wir mal beide wieder spielen. Ah, ja. Ja. Früher die ganzen Viper immer gehabt, weil das so der krasseste SUV. Moin, Lugas. Bitte schieß mich nicht ab, Lugas. Bist ohne. Oh, Lugas. Lugas, hier ist, hier ist gerade ganz schlecht. Lugas, vorsichtig. Lugas, Panzer, Lugas. Da kommt ein Panzer. Ja, da kommt ein wirklichen. Schöner Panzer. Das Problem ist, glaube ich, wenn das Ding klar ist, kommt das Militär auch noch. Ja, außer du hast da eine Militärbasis drin. Dann nicht. Ja, also, wenn du hier Militär... Ja, aber wenn du das klaust... Nö, auch nicht. Nö. Nur, wenn du kein Militär hast, dann schon. Aber wenn du ein Militär hast, dann... Ich glaube, die habe ich dann nicht. Die kostet auch 3,5 Millionen. Ach, ist doch ein Schnapper. Ja. Ich habe meine Warners. Ja, ich auch. Ruhm im Norden, wo die Spieler laufen. Also, wo Paluten jetzt hinfliegt, da hin geradeaus dann? Ne, im Norden. Äh, das verhindert ihn, oder? Ne. Ach, ich kenne mich nicht aus. Ich auch nicht. Warte, als erstes kommt Westen? Wenn du von der City aus gehst, also vom... Norden? Nachher ist ja egal. Na, wir schauen mal weiter. Ab dafür, ab dafür. Let's go. Ich würde mal sagen, Challenge sowas von geschafft, wenn wir jetzt hier wegkommen. Äh, genau. Und den will ich mir kaufen. Das andere muss brandneu. Ich glaube, gestern ist es rausgekommen. Geiler dicker... Junge, leckt das ein bisschen. Aber nur ein bisschen. SUV für die ganze Familie ist perfekt für Paletto. Nimmst du gerade auf? Jo, ist doch auch cool. Ich finde es zum Beispiel cool, wenn Zuschauer am Start sind. Nur nicht, wenn es irgendwelche Hacker sind, die das Spiel sabotieren. Weißt du? Dürfte ich mich bei dir aufhalten, wenn... Ey, Junge. Warte mal kurz. Ich muss kurz so... Habe ich auch nicht verstanden. Dürfte ich mich bei dir aufhalten, wenn... Ey, Junge. So ein höflicher. Na klar. Was? Hupen. Hä? Warte. Habe ich auch nicht verstanden, akustisch. So ein höflicher. Na klar. Ein höflicher. Ach so. Na gut. Kann auch nicht richtig übersetzen. Wir müssen jetzt gleich gucken. Warte, wir müssen erstmal landen irgendwo. Ja, landen. Das ist mir... Ah, wer schreibt mir denn jetzt über WhatsApp? Wenn es ist German Let's Play... Häng mal einfach raus in der Karre. Was? Oder kann man nicht raus springen einfach. Was? Ja, aus dem Schiff. Äh, aus dem Flieger. Doch, kann man auch raus springen. Auf so einem Fallschirm. Ja. Das ist explodiert, der ist halt. Ja. Das ist scheißegal. Ein Titel für die Podcast-Folge auszusuchen. Oh, gelandet! Oh, nein! Ja, hätte ich... Hättest du lieber nicht gesagt Explosion. Mission gescheitert. Hättest du lieber nicht gesagt Explosion. Explodieren. Na, hast du davon. Hast du Rache. Du hättest mal lieber abgesprungen vom Schiff. Äh, vom Flieger. Ja. Oh, Gott. Oh, Mann. Mimi, Palut, was ist da passiert? Du bist passiert, Palut. Oh? Du bist passiert. Alter. Wie war das? Was sind die Tomaten? Sie sind passiert. Den gönnen wir uns jetzt, Leute. Und zwar bei San Andreas. Guck mal, er hat ihn auch. Aber meiner wird krasser getunt. Das ist, weißt du, hier. Da kommt die ganze Familie raus. Ich kaufe ihn mir erst mal in Orange. Äh, willst du den mal auch? Hole mir gerade selber ein. Und tune den. Moin, Alter! Joga Palut, du kriegst einfach Fans. Meino will auch will ich haben. Alter, so viele Leute und alle korrekt können gleich alle mitfahren. Das ist ja cool. Da ist eine Affe. Das ist ja cool. Oh, oh. Ah, oh, ah, 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 ah. Eine schöne Affe. Egal, Mann. Guck mal, aber er hat hier auch ein krasses Auto. Was ist das für einer? Viele geerbt mal wieder. Ach, ach, ja. Welcher Onkel diesmal? Welcher Onkel ist diesmal von Onkel? Ach, der eine. Von meiner Mutter. Wer hat denn hier seinen krassen Jet geparkt? So, jetzt kommt... Oh, oh, weil hier wurde jemand zusammengeschritten. Wagen scheinbar. Oh, Gott, oh, Gott, Alter. Hihihi, tut mir aber leid. Die Gesichtsratze. Du hast es nicht gut. Oh, das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Hier ist auch noch ein Kürbis. Wie geil ist das, Alter? Wie cool. Ey, warte mal. Wo ist denn mein Auto? Hab ich gefressen. Ich werde hier verfolgt. Ich werde hier verfolgt. Es tut mir leid. Die attackieren mich beide. Es tut mir leid. Sag, komm mal. alle rein ist schon voll wir fahren der kranke jetzt wird er überfahren aber ich geh aber leid tut ja auch leid hier rausgezogen das war ein oppressor das war ein operasor mk2 ne mk1 glaube ich denke ich mal ach muss ich gleich mal gucken freunde wir können gleich zusammen mal gucken micha kann ja auch mitkommen wenn er will ddr5 und zwar die fortleid eingeplant aber wenn ich paluten video angucken wegen ddr5 da spiel ich gerne mit ja das wäre lustig wenn ich jetzt zum paluten gehe gehe also leife gehe weiß wie ich das meine ich habe den ja bei san andreas geholt bedeutet das dass ich den auch da richtig tun kann also es gibt ja so dieses krasse tuning so jetzt geht das kasten ich traute hier wollte ich doch ich glaube ich bin falsch ich glaube ich bin falsch ich kann ihm das auto zerschrocken lassen oder so es leht wieder der kreisel der zerstörung was ist denn was ist denn jetzt passiert was ist denn jetzt passiert was ist denn jetzt passiert jungen was war rein ich darf nicht rein ich glaube wir müssen woanders hin was war das für ein nerviger Bug ich rufe jetzt noch mal meinen Mechaniker an dein Auto steht doch nicht da ich brauche mein Auto den bräuchte mal wie ist nicht unbesetzt mein Auto ist irgendwie weg hat das jemand das kann nicht wahr sein was ist das da vorne Junge was ist das denn alter weiß ich doch nicht freu mich drauf hallo krass guck mal hier aber ich komm bei mir nicht nach oben ich kann ihn nach oben oh Gott ich hab kurz geschossen oh ne ne ich muss ja aufpassen wen ich anschieße alter aber das hat so einen krassen Turbo doch jetzt jetzt nach oben ich flieg nach oben krass ich brenne Hilfe ich habe irgendwas kaputt gemacht das ist doch das ist doch ein Hacker Ding guck mal und wir können uns irgendwie immer die ganze Zeit selber und wir können uns irgendwie haben heute machen wir das hallo Kiwi SH oh Alter guck mal die haben wir aber geile ganze Sachen er hat hier so n dicken Lamborghini steige ein ok steige ein Lamborghini Huracan oder was hat er äh wohin gute Frage zu meinem Auto ich hab mir ich hab mir doch mein Escalate geholt äh warte ich weiß nicht wo das genau ist Oh Gott, ist das dumm. Ja, sorry, Freunde, aber es ist so, wie es ist. Und am Ende gehen wir unserer Bewertung. So, guck mal hier, wir müssen nicht in diese Autowerkstatt, sondern, hier, warte, was ist das? Aber das ist, das ist, glaube ich, die richtige Autowerkstatt, zu der wir müssen. So, ist Platz noch? Nee, ist kein Platz mehr. Ah, der Affe sitzt drin, Kiki wie Esser. Los, Jungs, wir fahren. Das ist schon ganz geil. Ja, gut. Also hinten noch mega viel Platz. Das Ding ist, es wäre cool, wenn es so ein Auto geben würde, also dann so eine, weil ich glaube, der hat normalerweise noch eine dritte Sitzreihe. Weil dann könnten wir noch viel mehr lo- Oh Gott, Alter. Plötzlich, Junge. Junge, Paluten fährt dagegen und der Nerv-Gum-3R fährt mit rein. Jo, guten Morgen. Was soll ich da sagen? Ist er noch da? Jo, bin ich. Ja. Paläte noch im Fernbus. Ich sag's dir. So. Was hat er mit dem Fernbus zu tun? Wie gesagt, das ist der- Ach, weil doch der Bus da war, wegen Flixbus. Da denkt er jetzt schon wieder an Flixbus. Flixbus-Paluten ist unterwegs. Oh, da ist der Apfel mitreden. Das ist der Cadillac-Uradler. Oh ja, oh. Der machen wir schön so ein bisschen, ein bisschen breiter. Panzerung ist wichtig. Wir müssen gut gepanzert sein. Bremsen brauchen wir. Rennbremsen, ganz klar. Stoßstange. Front. Muss schon zeigen, dass wir King sind. Ja, hier ist krass, Straßensplitter. Heck. Ja, will ich auch schon lieber eine GT-Stoßstange. So, Motor. Schöne EMS-Verbesserung. Auspuff. Oh ja, wir brauchen, oh, ein sechsfacher Auspuff. Ja. Das ist gut. Hier die Front. Gibt's das überhaupt so ein Auto, sechsfacher? Wir sind echt. Ja, so von 8. Und wir googeln auch gleich. Koppel. Das wird hier so ein bisschen verkleidet. Kühlergrill. Mal gucken, was sieht da geil aus. Ja, klassischer Kühlergrill. Motorhaube. Da würde ich gerne den Motor sehen. Geht das? Ah, schade. Das finde ich sieht immer mega geil aus. GT-Motorhaube. Hube juckt nicht. Scheinwerfer, Xenon, Neon-Kit ist ganz klar. Da muss an alle Seiten. Und dann ein bisschen orange. Design. Ah, jetzt können wir auch nochmal. Warte mal, warte mal. Oh. Fert ist die. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber so ein paar Rennstreifen gehen eigentlich schon. Ja. Weil das ist ein bisschen too much, oder? Oder ist das nicht too much? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ja, was sagst du? Ist es too much oder ist es nicht too much? Das sehe ich doch nicht. Das ist eine Geschmackssache. Ja. Muss er ja entscheiden. Wir das haben möchte eigentlich. Mehr farbige Tarnung. Ja, aber warte. Können wir die Tarnung nicht noch so verändern? Dass es eine geile, geile Tarnung wird? Lackierung. Guck mal, jetzt können wir doch bestimmt hier. Oh ja, warte. Oha. Alter. Was geht denn jetzt hier ab? Ja, aber irgendwie. Die Farbe. Was? Was war das denn? Was? Was für eine Farbe? Achrom, dass man alles so glitzern sieht. Wir können auch gleich mal GTA 5 spielen. Spielen. Ah ja. Als ob. Junge, ne Dachbox. Ich will die Dachbox. Ich frag jetzt gleich mal die Leute ingame, was sie von meinem Auto halten. Schlecht. Hexboiler. Federung. Ja, wird natürlich ordentlich tiefer gelegt. Das ist ganz klar. Getriebe. Turbo. Ja. Rein. Reifen. Wichtig. Reifen. Verbesserung. Schusssicher. Ja, ist perfekt. Leute. So sieht das aus. Das Palermo-Mobil. Ja, Leute. Da ist Palermo mit der Crew. Junge, hab ich dich gerade erschrocken. Ich bin gerade zusammengezockt. Ja. Oh, wie süß. Mein Auto. Ich hatte es. Fünf Sekunden. So, warte mal. Mechaniker. Ich muss erst das Auto mal ganz planen. Ja, ja. Autowerkstern. Ah, das schon. Dürft gleich bewerten. So. Also, Leute. Guckt euch das an. So. Nein! Da habt ihr meine Granate! Junge. Probieren wir das nochmal. So. Ich hab keine Frage. So. Da, genau. Da ist er. Ist schon ein Kunstwerk. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was sagen die Leute? Oh, guck mal. Er gibt acht von zehn. Kiwi Esser sagt acht von zehn. Was sagt der Rest? Geht's in den... Ja. Familienurlaub. Ja. Wir fahren nach Acapulco, Alter. Acapulco. Oh Gott. Oh Gott. Familienurlaub nach Acapulco. So, dazu müssen wir hier vorne einmal rüber. Ist gar kein Problem. Warte mal. Ich weiß, wo wir hinfahren. Wir haben eine Mission. Eine wichtige. Wir holen jetzt zusammen als Familie ein bisschen Urlaubsgeld. Und dafür ist so ein Auto jetzt mal ohne Witz. Es ist ein super geiles Auto für die ganze Familie. Weil, guck mal, du kannst da bestimmt locker drei, vier Kinder reinballern. Und hast sogar noch hinten ganz viel Platz für Skiurlaub und so weiter. Und der Wagen fährt sich aber gut. Und vor allen Dingen ist der für so ein SUV richtig schnell. Ja. Hier müssen wir hin. So. Alle jetzt. Ganz ruhig. Papa holt Geld. So. Wir fahren jetzt hier ganz unauffällig. So. Zack, Jungs. Ähm. Hast du bei dir GTA 5 installiert? Danke schon. Dann guck mal, bitte. Palado, hol dir jetzt ein bisschen Kohle. So. Na, und dann? Na, dass wir doch gleich spielen könnten. Genere 5. Verstehst du? Mhm. Ich hätte ganz gern einmal das Buch von Palud. Geben Sie mir das Buch von Paluden. Geben Sie mir die Schmachabas Verschwörung. Oder einfach ein bisschen, oh Gott, ihr solltet nicht ausrasten. Kiwi isser. Kiwi. Jetzt ist er nach hinten gegangen. Er sollte uns doch das Geld geben. Warte, ich mach die Kasse leer. Ich mach die Kasse leer. Ja, das wäre ja in echt strafbar. Kann man ja ins Gefängnis kommen. Oder? Ja, glaub schon. Ach, ich hab doch keine Ahnung. Haltet euch zurück, haltet euch zurück. Warum hab ich schon drei Sterne? Ich hab gar nichts gemacht. Doch, Diebstahl. Ja. Oh, er versteckt sich. Oh, nee, was denn mit ihm passiert? Gute Nacht. Okay. Alle raus, alle raus. So. Jungs, alle, alle, kommt, alle schnell ins Auto. Bis, bis voll ist. Bis voll ist. Alle rein. Okay, wir müssen los. Tschüss. Jetzt geht's ab nach Agapulgo. Oh, Vorsicht, Entschuldigung. Ich muss hier einmal durch. Vorsicht. Okay. Ja, easy. Klatt. Oh, 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 oh. Alles gut. Ja, boah, fetter Scheiße. Oh, Gott, ey. Oder wie findest du, wie er gut fährt? Skala 1 bis 10? 3 von 10. Mhm. Oh, Gott. Warte, da vorne ist noch ein Supermarkt. Ich will mir, ich will mir, oh, Gott, das Swat. Ich will mir noch ein Bumbo-Mais holen. Warte, ich hol kurz Bumbo-Mais. Gib mir Bumbo-Mais. Ja, ja, geh. Geh, 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 geh. Ich mach die Kasse leer. Geh weg. Ja, ja. Oh, Gott, oh, Gott. Komm, wieder ein Freedom Squad GDA-Video. Und das Problem ist, dass ich aktuell einfach nicht so regelmäßig aufnehmen kann, wenn sozusagen andere Leute Zeit haben. Und manchmal ist es dann so, dass ich in der Aufnahme die Aufnahme kurz unterbrechen muss, weil ich hab jetzt ja nur mal, ich hab nur mal ein Kind. Und wenn er schreit, dann geh ich halt zum Kind. Und das ist halt alles. Er ist einfach einer parluten Kind. Ja, wir sind ja vielleicht ein Vater geworden. Ja, Vater ist ja sowieso geworden. Aber dass er ein Kind hat, das weiß ich doch gar nicht. Naja. Ist einfach aktuell ein bisschen schwierig. So, Leute, ihr müsst wieder rein. Aber Meni ist aktuell ja sowieso außer Gefecht. Und das ist halt einfach... Hä? Außer Gefecht? Nein, wir gucken gleich mal. Oder? Ach, wir gucken gleich. Ja. Ist halt einfach schwierig. Weil, sagen wir mal, ich sag, hey. Sommel Mordado. Lass uns um 11 Uhr was aufnehmen. Das Problem ist, ich kann halt nicht wirklich sagen, dass ich um 11 Uhr tatsächlich Zeit habe. Das geht aktuell nicht. Mein Tag ist komplett chaotisch. So, komm. Oh. Ey, lass uns... Ja. Die ganze Familie springt in die Base. Oh, das wird super. Dann endet das Video dort, wo es angefangen hat. Oh, 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 ja, vorsichtig mit den Granaten. Wir müssen jetzt nämlich hier einmal... Wir müssen jetzt einmal drehen. So. Das schafft dann nicht. Oh, Gott, wie wir einfach fünf Sterne haben. So, und? Alles PD. Nein! Juge, wie konnten wir den Sprung nicht schaffen? Der hat recht. So ein fettgetunedes Auto. Die hat mal... Die geht mir nicht. Kein 2er ist schon niedrig. So niedrig sogar. Juge, das kann euch der Ernst. Sind wir so langsam? So, jetzt nochmal. Jetzt müssen wir es schaffen. Wir haben ein bisschen mehr Schwung. Das kann doch nicht wahr sein. Nein! Oh, das Auto! Na, jetzt sind wir ja noch langsamer, oder? Naja, was geht. Oh. Oh. Oh, oh. Jungs, ich bin rausgefallen. Ich bin rausgefallen. Warte. Ich muss wieder rein. Okay. Alle wieder drin. Dann lass uns einfach reinfahren. Ja, warte, warte. Oh, offloadmäßig sind wir gut unterwegs. Okay. Wir sind durch die erste Schranke durch. Jetzt hier rechts. Oh. 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 Kommen wir hier durch? Ja, kommen wir. Okay. Wir sind auf dem Rollfeld. Wir müssen nach links. Alles easy. Alles easy. Zack. So, Jungs. Es war schön, euch gekannt zu haben. Aber Paletto muss jetzt weg. Jetzt ist jeder sich alleine gestellt. Und let's fucking go. Paletto ist weg. Ah, ja. Sagen wir mal schon mal. Das auch gleich stirbt. Das auch schade. Das auch schade. Junge. Das perfekte Ende für die heutige... Ach, schade. Hätte ja sein können, dass es spannend wird. Wir wollten ja mal gucken, Freunde. Wie geht's da wie gehabt? Vor drei Wochen. Ach so, ja. Das war ein ja. Ein Cover-Video. Ach so, ja. Oh, Tag ist es live. Herr Freunde, das war es. Bis dann. Tschüss. Hä? Tschüss.